Wir machen heute noch ganz kurz dieses Phasen-Minimum-System und ALPAS. Phasen-Minimum und ALPAS Das machen wir jetzt. Wir haben das ganz oben in eine Lücke reingeschrieben. Okay, das ist noch aus dem alten Skript. Wir haben das Phasen-Minimum-System oben erwähnt, dass für Phasen-Minimum-Systeme der Betragsgang eindeutig einem Phasengang zugeordnet werden kann oder umgekehrt. Das heißt, wenn ich ein Phasen-Minimum-System messe, genügt es, den Betragsgang aufzunehmen und ich kann dann daraus den Amplitudengang ableiten. Und ich habe hier die Definition eines Phasen-Minimum-Systems. Das heißt, wenn Sie eine gegebene Anzahl von Polen und Nullstellen haben, dann ist ein Phasen-Minimum-System genau dasjenige, was die geringstmögliche Phasendrehung zeigt für diese Pole und Nullstellen. Und da schauen wir uns an, wie das dann formelmäßig aussieht für diese geringstmögliche Phasendrehung. Wir haben einen Frequenzgang, g von I Omega sei, wie hier unser rationaler Bruch, ein Polynom B von I Omega geteilt durch ein Polynom A von I Omega, wie gehabt. Dann folgt daraus, also wir schauen uns ja die Phase an, um die geht es hier, dass unser Phi von Omega, die Phase, ist dann der Winkel von unserem G von I Omega und das ist dann einfach der Winkel unseres Polynoms im Zähler, B von I Omega, minus der Winkel des Polynoms im Nenner, A von I Omega. Sprich, das ist letztendlich nichts anderes als Phi B, also Phi Index B für Zähler, minus Phi Index A für Nenner. Und daraus folgt die Gesamtphasendrehung, also unser Delta Phi, ist dann erst mal von, ist dann Zähler, also Phi B von plus unendlich, minus das Phi B von minus unendlich, minus und dann das Phi A. Phi A von plus unendlich, minus Phi A von minus unendlich. Das haben wir ja schon mal irgendwo gesehen. Laut Definition ist dieses Phas-Minimum-System erst mal asymptotisch stabil. Das heißt, alle Pole liegen links. Und deswegen wissen wir, wenn alle links liegen, nach dem CLM-Kriterium, was wir letztes Mal gemacht haben, dass unser Phi A von unendlich, minus Phi A von minus unendlich, wenn die alle links liegen, dann ist das genau N mal Pi. So, und an diesem Wert, also an dem System an sich, kann ich ja erst mal nichts ändern. Das steht im Nenner. Das ist meine Strecke. Dieser Wert N mal Pi ist vorgegeben. Das heißt, es kommt jetzt auf die Nullstellen an. Also was steht auf der rechten Seite, der Differenzialgleichung am Eingang? Also müssen wir uns unseren Eingang anschauen. Also das Phi B von plus unendlich, minus Phi von minus unendlich. So, und wieder mit dem CLM-Kriterium wissen wir ja, dass eine Nullstelle in der rechten Halbebene dreht unseren Phasenwinkel um minus Pi. Und wenn es in der linken Halbebene liegt, dann um plus Pi. Ein Minimum kriegt man also, wenn alle Nullstellen links liegen. Also alle Nullstellen müssen auch in der stabilen Halbebene liegen, ja? Nein, 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 das ist B. Sorry, das ist Phi B. So, das heißt, ein Phasenminimumsystem ist dann folgendermaßen definiert. Und zwar enthält es keinen Todzeitfaktor, weil ein Todzeitfaktor ein E hoch minus S mal T Todzeit macht in eine unendliche Phasendrehung. Die wollen wir hier aber ausschließen. Das heißt, ein Phasenminimumsystem hat erstens mal keinen Todzeitfaktor, das keinen Todzeitfaktor enthält. Und zweitens eine rationale Funktion ist, bei der A von S und B von S sind Hurwitz- oder Root-Polynome, beziehungsweise die haben ihre Pole- und Nullstellen in der linken Halbebene. In der linken Halbebene. So, das heißt, zu jedem gegebenen Amplitudengang gibt es genau ein Phasenminimumsystem und alle anderen Systeme mit demselben Amplitudengang, aber anderer Phase, haben dann eine größere Drehung Delta Phi. Und die haben dann einen sogenannten Alpass-Anteil. Und der sieht folgendermaßen aus. Dann haben wir den Alpass auch noch definiert. Und zwar, für einen Alpass gilt erstens, dass ihr Betrag, der darf sich ja nicht ändern, dieser Anteil der Amplitudengang bleibt gleich. Das heißt, unser Betrag ist gleich 1 für alle reellen Omega. Wovon wir mal ausgehen. Und zweitens, die Phasendrehung unseres Alpasses, Phi von minusunendlich bis plusunendlich, das soll unendlich heißen hier, die ist größer Null. Also das dreht uns die Phase ins Positive. Die Bedingung wird erst mal natürlich vom Todzeitlied erfüllt, was wir bisher noch nicht genau betrachtet haben. Ein Alpass hat also, ich schreibe es jetzt direkt hin, folgenden Frequenzgang, nämlich das G von I Omega, ist, wenn Sie im Zähler ein A0 minus I Omega, nee, fangen wir mit dem Nenner an, wenn im Nenner ein A0 plus I Omega A1 minus Omega Quadrat A2 minus I Omega hoch 3 A3, also ich schreibe hier das Polynom hin und setze I Omega gleich ein plus Omega hoch 4 A4 plus I Omega hoch 5 A5 und so weiter. Dann steht beim Alpass im Zähler, stehen die gleichen Koeffizienten, nur mit unterschiedlichen Vorzeichen. Das heißt, hier im Zähler steht an minus I Omega A1 minus Omega Quadrat A2, also die Imaginärteile plus I Omega hoch 3 A3 plus Omega hoch 4 A4 und dann ist das hier minus I Omega hoch 5 A5. Das heißt, die Imaginärteile im Zähler haben genau das entgegengesetzte Vorzeichen. Das heißt, die Übertragungsfunktion, wenn wir jetzt hier wieder von dem I Omega auf das S übergehen, ist dann entsprechend ein G von S. Im Nenner haben Sie hier Ihr normales Polynom A0 plus A1S plus A2S Quadrat und so weiter und im Zähler steht A0 minus A1S plus A2S Quadrat minus A3S hoch 3 und so weiter. Plus machen wir hier auch A3S hoch 3 minus. Also das ist die Übertragungsfunktion eines Allpasses erster Ordnung. Und wenn Sie das in die Wurzelfaktoren zerlegen, dann kommt dabei raus, dass es folgendermaßen aussieht. Das Ihr G von S ist dann, wenn Sie im Nenner diese Wurzeln S1, S plus S2 und so weiter haben, wie ist S plus Sn, dann steht im Zähler S minus S1, nee, sorry, S plus, doch S minus S1, S minus S2 und so weiter. Also da stehen im Zähler genau die negativen Wurzeln, wie im Nenner die Pole stehen. Und dann habe ich hier noch ein Beispiel gegeben, wie das aussieht, wenn Sie eine Übertragungsfunktion gegeben haben, dann können Sie den Allpassanteil entsprechend rausziehen, indem Sie den Bruch erweitern, sodass Sie im Zähler nur noch stabile Nullstellen haben und in den Allpassanteil da sind dann die instabilen Nullstellen auf der rechten Halbebene gegeben. Ja, das war's für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Aufgaben habe ich Ihnen auch auf Moodle abgelegt und ich werde Ihnen noch vom Franklin ein paar schöne Aufgaben da hinlegen.